In unserer Welt gibt es viel zu verbessern. Menschen leiden unter Arbeit und Hunger. Der Klimawandel schreitet voran, Ökosysteme sind gefährdet und soziale Ungleichheiten spalten die Gesellschaft. Du möchtest etwas verändern? Solistrom ist eine App, die dir hilft, zu helfen. Wie? Lass deinen Baum auf Solistrom erblühen. Verzichte auf energieintensive Aktivitäten und Mittel. Lies dein Buch anstatt fernzusehen und nimm das Rad, statt mit dem Auto zu fahren. Teile deine Aktivitäten und lerne von der Solistrom-Community neue, kreative Wege, um Strom zu sparen. Trage deine Sparmaßnahmen in die App ein. Diese errechnen automatisch die Energiemenge und das dadurch gesparte Geld. Je mehr, desto prachtvoller dein Solistrom-Baum. Was passiert mit dem Gesparten? In Solistrom sparst du Strom solidarisch. Am Ende jedes Monats kannst du entscheiden, welche der ausgewählten und zertifizierten Projekte, die die SDGs adressieren, du in dem gesparten Geld unterstützen möchtest. Mit Solistrom erfährst du, welche Wirkung Strom sparen haben kann. Einmal sparen, doppelte Wirkung. Solistrom, das solidarische Stromsparometer. Bis zum nächsten Mal, ciao. Vielen Dank.